In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, welche Bedeutung Variationen ohne und mit Wiederholung haben, wie man die Formel nachvollziehen kann und natürlich wie man sie anwendet. Für den Anfang eine kleine Übersicht über die wichtigsten kombinatorischen Mittel. Es gibt Permutationen ohne und mit Wiederholung, dann Kombinationen ohne und mit Wiederholung und natürlich Variationen ohne und mit Wiederholung. Hier werden wir uns hauptsächlich nur mit den Variationen beschäftigen. Allerdings ist es empfehlenswert, auch die anderen zwei zu kennen und vor allem wäre es nicht schlecht, in der richtigen Reihenfolge das zu tun. Also das heißt zuerst die Permutationen, Kombinationen und dann die Variationen anzuschauen, weil alles aufeinander ein bisschen aufbaut. Wenn ihr Bedarf zu den anderen zwei Themen seht, am Ende dieses Videos im Abspann findet ihr auch dafür passende Tutorials. Bevor wir richtig loslegen, schauen wir uns eine sehr wichtige Eigenschaft der Variationen. Eine Eigenschaft, die sich von den anderen Mitteln unterscheidet und vor allem von der Kombinationen, weil damit gibt es sozusagen die größte Verwechslungsgefahr. Und dafür nehmen wir ein kleines Beispiel. Diejenigen von euch, die die anderen zwei Tutorials schon angeschaut haben, kennen das wahrscheinlich. Ich habe das natürlich jetzt passend umgeändert, damit es für die Variationen passt. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. In einem Badeweine befinden sich drei verschiedenfarbige Gummienten. Eine rote, eine grüne und eine blaue. Wir ziehen nacheinander zwei Enten ohne zurücklegen. Und das könnte wie folgt aussehen. Also, das sind unsere drei Gummienten. Wir können als erstes eine rote Ente ziehen oder eine blaue. Und alternativ könnten wir am Anfang eine blaue und dann eine rote ziehen. Woraus ich hinaus möchte. Diese zwei Ziehungen unterscheiden sich nur in der Reihenfolge. Und darum geht es bei dieser Variation. Also, die beiden Anordnungen unterscheiden sich nur in der Reihenfolge ihre Elemente und werden daher als verschiedene Variationen betrachtet. Wieso ist das wichtig? Zum Beispiel bei Kombinationen spielt die Reihenfolge gar keine Rolle. Also, da unterscheiden wir nicht zwischen der linken und der rechten Ziehung. Hier schon. Und das macht Variationen aus. Also, merkt euch bitte an dieser Stelle, die Reihenfolge der Elemente bei Variationen wird berücksichtigt oder spielt eine wichtige Rolle. Und deshalb werden sie in manchen Büchern auch als geordnete Stichproben bezeichnet. Und jetzt wollen wir natürlich den Unterschied verstehen zwischen Variationen ohne und mit Wiederholung. Wie ihr seht, fangen wir an mit Variationen ohne Wiederholung. Also, die Aufgabenstellung sollte euch von vorher bekannt vorkommen. Ich habe nur eine Sache hier in dieser Aufgabenstellung ein bisschen besser verdeutlicht. Und zwar, am Ende steht, wir ziehen nacheinander zwei Enden ohne zurücklegen. Diese Formulierung hier an dieser Stelle bedeutet eigentlich, dass die Ziehung ohne Wiederholung ist. Also, eine Ziehung ohne zurücklegen in diesem Zusammenhang bedeutet eine Ziehung ohne Wiederholung. Und diesmal haben wir sogar eine konkrete Fragestellung. Und zwar, auf wie viele verschiedene Arten lassen sich zwei Enden aus der Bar devalizieren, ohne zurücklegen, also ohne Wiederholung, und mit Berücksichtigung der Reihenfolge. Und diese letzte Formulierung ist der Hinweis, dass es sich hier um die Anzahl der Variationen handelt. Um diese Frage zu beantworten, versuchen wir jetzt das Ganze nicht rechnerlich zu betrachten, sondern bindlich. Das heißt, wir versuchen uns alle Möglichkeiten anhand dieser Enden vorzustellen. Und wir fangen natürlich mit den zwei Fällen, die wir schon kennen. Also, von links nach rechts kann man auch die Reihenfolgedeziehung betrachten. Das wird in diesem Fall, wurde zuerst die rote und dann die blaue Ente gezogen. Der zweite Fall natürlich, zuerst wurde die blaue und dann die rote gezogen. Dann wechseln wir die Farben. Hier wurde zuerst die rote und dann die grüne gezogen. Dann wieder zuerst die grüne und dann die rote. Und die letzten zwei Möglichkeiten, grün und blau, beziehungsweise blau und grün. Also, schlussfolgernd könnten wir sagen, es gibt sechs mögliche Variationen. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, wie man auf eine passende Formel dazu kommt. Naja, ich habe bereits schon vorgewarnt, die Variationen hängen ein bisschen von den Kombinationen ab. Und deshalb fängt alles an, auch mit der Formel für die Anzahl der Kombinationen ohne Wiederholung. Die sollte euch auf jeden Fall nochmal bekannt vorkommen. Das war dieser 3 über 2 in diesem Fall Geschichte. Also, mit dieser Formel würden wir jetzt die Anzahl der Möglichkeiten ausrechnen, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge. Dann wären es ja Kombinationen. Was ändert sich denn eigentlich an dieser Formel? Naja, die zwei Enden, die wir ziehen, können wir auf zwei verschiedene Arten und Weisen permutieren. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt auf die Farben Rot und Blau beziehen, bedeutet das, ich kann entweder die rote zuerst und dann die blaue oder die blaue und dann die rote. Und das gibt für alle Farbenkombinationen. Deshalb müssen wir praktisch diese Formel nochmal mit der Gesamtanzahl dieser Möglichkeiten nehmen. Und zwar mal zwei Fakultäten in diesem Fall. Weil wir ziehen nur zwei Enden. Und ihr merkt jetzt, was passiert an dieser Stelle. Man kann die zwei Fakultäten im Zähler und im Nenner kürzen. Und entsprechend haben wir dann die Anzahl der Variationen, also wo die Reihenfolge berücksichtigt wird. Und das wäre dann einfach drei Fakultät. In diesem Fall durch drei minus zwei in Klammer Fakultät. Wenn wir das jetzt auf die allgemeine Formel der Kombinationen beziehen, das war die hier, das bedeutet, das Ganze wird nochmal mit K-Fakultät multipliziert. Und K-Fakultät und K-Fakultät kürzen sich wieder weg. Und damit haben wir die Formel für die Anzahl der Variationen ohne Wiederholung. Zugegeben, diese Formel ist nicht so einfach nachzuvollziehen, wenn man nicht voll und ganz in diesem Thema ist. Ihr müsst die Eigenschaften von Kombinationen kennen. Also Kombinationen ohne Wiederholung. Und natürlich auch wissen, was eine Permutation bedeutet. Aber ich denke mir, wenn diese zwei Sachen klar sind, dann ist auch nachvollziehbar an dieser Stelle, wie diese Formel entsteht. Und jetzt sind wir bei den Variationen mit Wiederholung. Die Aufgabenstellung ist komplett gleich geblieben, bis auf ein wichtiger Detail. Wir ziehen nacheinander zwei Enten jetzt mit zurücklegen. Das bedeutet natürlich auch übersetzt mit Wiederholung. Die Fragestellung ändert sich dann auch nur gerundfügig. Auf wie viele verschiedene Arten lassen sich zwei Enten aus der Badevariationen ziehen mit zurücklegen und mit Berücksichtigung der Reihenfolge. Und wir versuchen uns das Ganze für den Anfang wieder bildlich vorzustellen. Das heißt, wir haben einmal alle Möglichkeiten, die wir schon hatten oder alle Variationen, die wir ursprünglich hatten. Und zusätzlich, wenn wir jetzt die gezogene Ende zurücklegen in der Badewanne, entstehen noch drei weitere Möglichkeiten, wo wir dann jeweils die gleiche Farbe ziehen. Also wir können dann auch noch zwei rote ziehen, zwei grüne oder zwei blaue. Also, Schlussfolgernd können wir sagen, dass wir in diesem Fall neun mögliche Variationen haben. Die passende Formel ist in diesem Fall deutlich einfacher nachzuvollziehen. Also, ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr die erste Ente aus der Badewanne zieht, dann habt ihr drei Möglichkeiten dafür. Ihr könnt entweder die rote, die blaue oder die grüne Ente ziehen. Dann legt ihr diese Ente zurück in die Badewanne. Das bedeutet, für die zweite Ente, die wir ziehen wollen, haben wir immer noch drei Möglichkeiten. Also, insgesamt haben wir dreimal drei Möglichkeiten. Das kann man auch als drei hoch zwei ziehen. Wobei, drei wäre jetzt in diesem Fall die Anzahl der Enten der Badewanne und zwei wäre die Anzahl der Enten, die insgesamt gezogen werden. Und das sind natürlich neun Möglichkeiten. Naja, dadurch könnte man die Formel auch sehr einfach verallgemeinern. Die würde dann so aussehen. Also, die Anzahl der Variationen mit Wiederholung ist einfach n hoch k. Und, damit nichts Wichtiges aus der Erinnerung bei diesem Thema verschwindet, wollen wir an dieser Stelle alles, was wir bis jetzt angeschaut haben, verallgemeinert zusammenfassen. Also, es geht um die Variationen ohne und mit Wiederholung. Verallgemeinert kann man das Ganze auch so formulieren. Aus n verschiedenen Elementen werden k Elemente entnommen, wobei die Reihenfolge der Ziehung von Bedeutung ist. Die gezogenen k Kugeln bilden dann eine sogenannte Variation. Erste Möglichkeit, wenn die Ziehung der k Elemente ohne Zurücklegen erfolgt, also ohne Wiederholung, ist das die passende Formel. Und wenn die Ziehung der k Elemente mit Zurücklegen erfolgt, also mit Wiederholung, ist diese hier unten die passende Formel. Um zum Schluss noch zwei sehr kurze Aufgaben, die das Ganze verdeutlichen sollen. Ich habe eine Bitte an dieser Stelle, drückt auf Pause und liest immer in Ruhe die Aufgabenstellung. Ich werde sie jetzt nur überfliegen. Also, bei der ersten Beispielaufgabe. Beim Pferderennen muss in der Dreierwette der Zieleinlauf der ersten drei Pferde in der richtigen Reihenfolge vorausgesagt werden. Wie viele verschiedene Dreierwetten sind möglich, wenn acht Pferde starten? Also, in erster Reihe solltet ihr erkennen, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt. Also, das ist schon klar, dass es sich hier bei dieser Fragestellung um Variationen handelt. Dann müsst ihr nur noch feststellen, ob es eine Variation mit oder ohne Wiederholung ist. Und da die Pferde oder der gleiche Pferd nicht öfters über die Ziellinie laufen kann, ist es natürlich eine Variation ohne Wiederholung. Und das heißt, wir nehmen dann entsprechend diese Formel dafür, wobei n die Gesamtanzahl der Pferde ist, also n wäre in diesem Fall acht, und k natürlich die drei Pferde, die über die Ziellinie laufen, also k ist drei. Das heißt, wenn wir jetzt die Anzahl der Variationen ausrechnen wollten, dann müssen wir einfach nur acht Fakultät durch in Klammer acht minus drei Fakultät ausrechnen. Acht minus drei ist natürlich fünf. Also, ausführlich geschrieben wäre das dann acht mal sieben mal sechs mal fünf mal vier mal drei mal zwei mal eins. Ja, das ist ein bisschen eine mühsame Geschichte, so wie es aussieht hier. Und unten Nenner fünf mal vier mal drei mal zwei mal eins. Zum Glück können wir einiges hier wegstreichen. Also, wir könnten hier unten alles von fünf bis eins wegstreichen, weil der gleiche Term taucht auch oben auf. Und das Einzige, was wir oben noch haben, ist acht mal sieben mal sechs. Also, insgesamt hätten wir dann hier 336 Möglichkeiten. Bei der zweiten Beispielaufgabe überfliege ich dann auch kurz die Aufgabenstellung. Zwei Würfel werden gleichzeitig geworfen. Wir interessieren uns für die auftretenden Augenpaare. Wie viele verschiedene Augenpaare sind möglich? In erster Reihe sollte euch das Wort Augenpaare auffallen. Der entscheidet, ob hier eine Reihenfolge bzw. keine Reihenfolge von Bedeutung ist. Bei dem Augenpaar kann zum Beispiel auch eine 2 und eine 3 auftreten, aber auch eine 3 und eine 2. Das sind verschiedene Augenpaare. Deshalb spielt die Reihenfolge auf jeden Fall eine Rolle. Also, Variation. Jetzt müsst ihr nur noch entscheiden, ob es mit oder ohne Wiederholung ist. Naja, die Zahlen dieser Augenpaare können auch mehrmals auftreten. Das heißt, es kann auch zweimal die 2 oder zweimal die 3 auftreten. Deshalb ist es praktisch mit Wiederholung. Und aus diesem Grund brauchen wir natürlich diese Formel. Also, in diesem Fall wäre N gleich 6. Jeder Würfel hat 6 Seiten, sozusagen. Und wir interessieren uns für ein Augenpaar. Also, wir brauchen nur 2, sozusagen, Augenzahlen dafür, für ein Augenpaar. Deshalb ist N gleich 6 und K gleich 2. Also, die Anzahl der Variationen mit Wiederholung ist dann 6 hoch 2, also N hoch K. Und das sind dann natürlich 36 Möglichkeiten. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Wie bereits am Anfang erwähnt, ist es natürlich auch wichtig, dass ihr die Permutationen und Kombinationen dabei versteht. Sowie wäre es nicht verkehrt, wenn ihr eine Zusammenfassung anschaut, wo alle diese 3 kombinatorischen Mittel schön zusammen dargestellt sind, so dass man praktisch die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede erkennen kann und sie nicht durcheinander bringt. Wenn Bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann ist ihr euch nicht gar nicht und bleibt, auf leicht Veruns ganzen 광en. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann core Rif ning euch von euch. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann Yгорь. Und wenn es euch nicht verh сторон Mole, was dann ist es dann bekannt, ist es dann. Vielen Dank.